Und Gleich mit der letzten Folge Junge Fehlt doch nicht unsere Damen 83 halt ich mein Maul Hauptsache, ich hatte die ganze Zeit mal Miko geutet. Easy, Alter. Ohne Witz. Ohne Witz. Das war ohne Anmoderation, war mein Miko geutet. Was willst du mit deiner Anmoderation? Tipp mal lieber. Ja. Richtig. Wo du biegen bist? Oh mein Gott, hey. Oh mein Gott, hey. Weil der ersten nicht so gut gelungen ist. Ach so. Warum auch wegradieren oder wegmachen, Alter? Wieso kann ich wieder keine Farben benutzen? Der alte sah halt so aus. Ich dachte, das hilft euch. Ja, cool. Drei Leute haben das rausgefunden. Ihr seid nur mad, weil ihr kacke seid. Nur mad, weil du kacke bist. Aber nichts übertrifft Marvins komischen Scheiß, Nunu. Nunu war der geilste, der irgendjemand gefressen hat. Und irgendein Pixelfeld am Boden gemalt hat. Was ist das denn schon wieder, Alter? Penispum. Äh. Ja. Kannst du keine Farben benutzen? Nee. Oh fuck. Blau. Ja, ich kann keine Farben benutzen. Blau. Ja, ich kann keine Farben benutzen. Blau. Du beschreibe es mit Wörtern. Die der Ozean. Das ist ja nicht der Sinn des Spiels. L5. Okay, das ist es auf jeden Fall nicht. Ah, ich glaub. Das müsste, glaub ich, das sein. Ey, du kannst auf das Bild gucken, Digga. Äh. Wenn du da drüber hovers einmal drauf... Boah, du bist doch am hacken, du Fürke, Alter. Es ist doch unser einziges Einzel, was so aussieht, wenn es kein Wort. Es ist nicht wirklich schwer, eigentlich. Ends aber nicht. Doch, das ist alles um die Sicherheit. Flexier. Nein. Garren. Garren. Ich bin auch für Garren. Ich hab doch Spelefies oben geschrieben. Da oben. Ich hab Spelefies oben geschrieben. Ich hab Spelefies oben geschrieben. Boah, da kann der Yannick nicht mehr richtig schreiben. Ja. Ey, was war das noch mal? Das war das Supporter-Ital. Wenn du das Ding das erste Mal ausbaust. Ne. Das ist das erste item. Das erste? Ja, keine Ahnung. Das zweite ist Frostfang. Frostfang und dann Frostfiel. Frost Queens Claim. Der Main Support, was die da machen kann, ist... Das ist schon scheiße. Denny, okay. Let's go. Ich bin ein Timo. Ich bin dafür, dass das Timo ist. Oh Gott, ich weiß nicht, wie ich das mal einsah. Ah, ich weiß was. Ich weiß was. Okay, ich weiß nicht, wie ich das zeichnen soll. Hä? Ist das ein Gesicht oder ist das der Körper? Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Alter. Ach so, äh... Was? Ja, warte, warte. Ähm... Fisch? Der kannst du dir was schreiben, Alter. Was ist das Buchstabe? Er sagt, warte! Dieses scheiße... Fucking... Magic Resist Item... Aus, äh... Dingernstar. Was? Beschiss... Und... Ob das soll ein E sein? Ähm... Und... Beschiss... Beschissenstar... Und der... Beschissenstar... Nerf... Beschissenstar... Nerf... Oh mein Gott, ähm... Das QSS? Ryo... 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 USS... Wat? Yagami?! Ryo vs Faker? Dein Ernst? Quicksilver Sash? Heißt das nicht Slash? Nein! Ja da hab ich Slash! Ich hab Quicksilvers Sash geschrieben, alter erst. Oh fuck. Das sieht aber eher aus wie... Weiß ich nicht. Vielleicht hab ich's ja jetzt verraten. Vielleicht hab ich's ja jetzt verraten. Auseinander geschrieben, das ist blöd. Ja. Ach Quicksilver! Quicksilver Slash. Slash, Slash. Oh ich hab da ein L hingekommen. Ja behaupt sagt, der wird mir nicht gesagt, dass ich einen scheiß Buchstaben entfernt bin. Du musst doch ja sowas schreiben. Ja warum auch? Zeichne jetzt mal. So mit deinen Nullpunkten da. Ja aber kein Bot war richtig Marcel. Aber... Quicksilver. Das ist geil, das funktioniert nicht zweimal in einem Leben. Ah ja. Weiß nicht Marcel, Marcel, mach hör da mal. Ist das ein Item by the way? Kommt doch mehr? Fresse halten. Danke. Fresse halten. Mh. Das kann ich auf dem... Fast jedem Support nennen. Ah, ich weiß aber den Namen nicht. Ich auch nicht. Fickt und zugenäht. Es ist nicht bei Herald. Nein, es ist habiger. Herald war das rote Item. Das hab ich aber auch zweimal geschrieben. Herald, Herold... Herald war das alte Item. Ja dann... Mach Farben. Schreib da die Farben hin. Oh, mir ist ja oft gemeint, dass da zwischen Blitzer sind. Ey, das ist so unaskaliert, das siehst du auch nicht. Blitz. Elb. Grau. Achso. Grau. Ja, das ist Silber. Äh... Achso, äh... Fakt wie... Ich hab das mal entschieden. Ja, okay. Griefs. Griefs? Ich weiß nicht. Oh, ne. So? Ah... Hä? Ach, das war wieder dieser Edelstein da, ne? Oh... Wie heißt denn der Orangene, Alter? Äh... Oh, sei sehr ruhig. Ah! Jetzt haben wir uns gespielt da nicht mehr. Oder? Nein, aber die sind trotzdem noch hier drin, for some reason. Oh, wie heißt das denn? Wow, das kann ich zu 100% dann nicht sagen. Alter. Wieso ein Letterauf? Was fehlt mir? Was hab ich falsch gemacht? Was hast du denn geschrieben? Ganz wichtig, das... Was... Mann. Jetzt. Was steht da? Hä? Tu leh das auf? ... Was ist das... Was ist das... Es fehlt eine Sache, ja. Es ist alle richtig. Es fehlt eine Sache. Wow! Was eine Scheiße! Äh, danke fast wie btw, sonst hätte ich das nie gefunden. Ja, ich auch nicht. Was hat Doppelpunkte geschrieben gemacht? er hat sich das einziger nicht obwohl er am nächsten nein nein ich habe nicht abgesetzt gleich mit der kompletten schönheit meiner zeichnung überraschten aber mal eine warte nein oder hat er noch mehr gewalt war gerade noch ja jetzt einmal orange brandet falls man das erkennen kann ich habe schon mal ein wort da kann man drauf kommen eigentlich ja auch nicht aber behindert weil man das auch wieder zeichnen kann ich sage ich will gar nicht mal das ist nicht zufällig jetzt dass das gangbang kaufen konnte dann jeder kann jeder champion kaufen auf welcher map da kann man doch nicht drauf kommen halt aber relativ eins zu eins aus wie auf dem bild wahrscheinlich der hat aber nicht schwarz okay bevor ich ist jetzt abtippe fertig ich habe es extra nur nachgegoogelt, damit ich jetzt nicht falsch schreibe, was mir die antworten super blade ja ich bin hab das halt wegen dem scheiß blue bild und blau gespeichert gibt ja halt echt als mein kopf und blade of the ruin king biatch und daher noch gesagt dass eins seiner lieblings item das lieblings item ich hab die ganze zeit so den mauer auf meinem kreuzer zu geben okay warte mal item oder champ item achso fuck oh mein gott wie scheiße ist mir jetzt egal ich hab keinen bock mehr dann lass los damit wir den rest okay ich weiß was okay ich kenn's auch aber ich kenn auch wieder den namen nicht alter ich hab keinen namen ich weiß nicht wie man schreibt ich warte mal ich geb direkt lieber das ein und dann find ich es schneller ey hör doch auf zu googlen man wenn man den namen vom item kennt aber nicht weiß wo man schreibt nein nein alter gar nix googlen hier aber was schreib ich falsch ein letter auf was schreib ich falsch äh nee wo ist denn das was äh was äh man hat das doch ein string tanga im gesicht nee holy part ich krieg einen am rappel alter deus pick dich mal wo hat man das denn ja ich hab euch den größten hinweis gegeben den es gibt ja ja was kommt jetzt h ��!!!!!!!! j o was geil richtig Das ist richtig easy, oder? Ah, okay. Doch, richtig easy, Mann. Ey, du, ey! Wer ist am Zeichen? Waves ist das... Mit der Zigarre hättest du viel mehr machen können. Ja, ist okay, ey. Ich dachte, die Knarre ist... Die Knarre ist selbst entscheiden. Doch verläufig... Doch verläufige Shotgun, Alter. Das war eine Shotgun, Alter. Ich fand, das war eindeutig grave. Ja, ich auch. Ja. Oh, mein Gott. Ich auch, Alter. Ich auch. Boah, ist das billig, ey. Richtig billig, Alter. Ja, das war aber gut gemacht. Danke, Pascal, danke. Ich hab mir sehr viel Mühe gegeben. Wer ist jetzt dran? Ja, der Künstler ist Picasso. Eh, dann. Okay, ich hab noch Chance und Pascal einzuordnen. Hm. Wow, mein. Was? Lel. Ich bin nicht letzter? Ich bin letzter, ich bin gut. Stimmt. Was? Weil ich am Anfang falsch gespielt hab. Ja, Alter. Kommt der was? Verweg dich, da muss man noch raus. Ja, okay, das tue ich mir nicht so. Das ist nicht so. Blöb, 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 blöb. Ich kann keine Farben benutzen. Was? What? Ist okay. Hä? Das eine kann's nicht sein, muss dann alles. Naja, wie bist du? Zwei davon. Hat die geistig zurückgegeben? Bist du, du hast nicht mal. Doch, jetzt hast du. Ja. Äh. Ich trinke halt in den Ball, was? Holy fuck. Wie wurde das geschrieben? Eifer... Ja, nö. Das ist englisch, nö. Also have fun. Eifer, eifer. Ja. Ich weiß ja, ich mein ja nur, es ist ja auf deutsch das, äh, eifer. Drecksack. Ich hab auch Sack gedacht. Hä? What? Hä? Hä? Ich bin Profi in diesem Spiel. Was? Was? Ja, das soll Brüste sein. Geht's wahrnicht so aus? Keine Lippe, das bringt gar nichts. Was? Zyra, Zyra? Boah. Okay, sorry. Fick dich, das kann man nicht sagen. Fuck, geil. Düllig, das war der Grün mit roten Haaren. Ey, die Plauze, Digga. Die Plauze. Ja, aber wer ist denn noch? Das war Yannick. Das war Yannick. Ja. Die Plauze war schon... Er hat rote Haare. Ja, und wer... Yannick, willst du die Malmännchen immer so? Na, Plauze, ja, geil. Guck mal, ob Yannick auch immer sofort... Wie malst du dir dann deine Traumfrau? Ja, da ist ein Penis, Alter. Eindeutig. Ähm... Das, äh... Dicker? Verdammt! Ich hab keine Ahnung, wie es heißt. Sehr geiles Item, weil du nur bist. Ich hab keine Ahnung, wie es heißt. Ey, was bist du denn für'n Scrupload, Alter? Das ist ein richtig geiles Item, Mann. Alter! Was bist du denn für'n Scrupload, Alter? Was? 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 Oh, doch. Kommt hin. Ja, doch. Ist in Ordnung. Ich hab wieder keinen Plan, Alter. Ja, okay. Ja, okay. Hä? Wie es aussieht, Mann. Es sieht aus wie ein Bandshaus, Alter. Ist so. Was soll ich? Ich hab... Ich war 100% weg, Mann. Aaaaah... Kann ich nicht das Alte zeichnen? Wenn ich das Alte zeichne, erkennt ihr's wahrscheinlich eher. Ja, mach das. Zeichne's. Mal das Neue, dann ist es schwerer. Ah, die Fresse! Hm? Was? Golfplatz. Das ist ne Ölquelle? Luftpumpe. Ah! Das ist das Alte, und das ist das Neue. What? Das ist ne Kerze. I out. What? Alte? Das ist alt. What? Ne, alt neu. Hä? Hey, what the... Und, kommt irgendjemand drauf? Ist das ein Schwert und ne Kerze, Alter? Das ist ein Schwert. Ja, aber wie wird das beschrieben? Das ist ein Top-Blade, Alter. 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 Wie heißt das noch mal? Hm? 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 Ja, ist das eben mit Spell-Blade? Hä? Wie schreibe ich das? Wie schreibe ich Jumos? 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 Ich wusste es, als Adrin das erste Bild gezeichnet hat. Jumos? Jumos? Oh mein Gott. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Das sah aber nicht aus. Das sah aus wie so ein Speer, der da aus... Ach so, das sah aus wie eine Kerze, die aus dem Wasser aufsteigt. In jedem Fall, er kann... Ja, das... Ich fand das aus wie die Moon-Fair-Spain-Lade. Warte, aber... Wann haben die das geändert? Keine Ahnung. Das frage ich mich gerade auch. Fuck, okay. Früher... Früher sah das doch so aus, dass du unten diese Dinger... Doch, 100% Ich hatte früher einfach nur weniger Pixel. Es ist einfach nicht so hoch auflösen. Nein. Oder meinst du vielleicht Fathom-Denser? Lass ihn dir gehen. Nein. Zack. Ist schon ein bisschen länger geändert. Zack. 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 Kleine Ahnung. What? Fährt auch nicht. What? Mox. Champion. Ambien? Was? Hehehe! Hehehe! Ja. Oh Marcel, du Noob, alter. Du Noob. Ja, richtiger Lappen, alter. Und der will den haben, ne, weißt du? Ist so, ey. Du Noob. Der will das haben. Der will das haben. Ja. Oh mein Gott, Mann. Ey, das ist jetzt von einfach an. So, ich vergass nicht davon. What the fuck, ey. Ey, offensichtlich dagegen. Ich hab ein Klavier gemacht. Und dazu noch eine Person, die mit den Händlern... Klavier. Hehehe! 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 Erstmal Klavier malen. Weil so noch ein Klavier hat. Hehehe! Ey, okay. Ich hab' ich das Bild. Wow, das soll ein Feuer sein? Bist du behindert? Ich dachte, das war irgendein... Ist auch wie ein Bär. Wie ein Bär? Ey, ich dachte, da wird ein Mega-Brennen, alter. Hehehe! 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 Ja, das kann's nicht sein. Hehehe! 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 Ey, ich bin nicht... Gut kombiniert, Dr. Watson. Hä? Wer surf denn bitte? Easy. Fuck! Ja, das war jetzt nicht so schlimm. Oh. Hat aber erst mal gedauert, so. Ey, boll... Ja, weil wir surf jetzt. So ein bisschen... Surfbrett, what the fuck. ...missledigbar. Ja. Hör von der League, alter. Hehehe! Ja, das sollte... Das sollte... Äh... Darstellen, dass der Champion halt fliegt. Ja. Klasse! Hab' ich auch verstanden, ne? Das ist gut geworden. Die drei Kugeln... Aber an den drei Kugeln hätte man das so bevorteilen müssen. Ja. Schneller, schneller, schneller! Oh, gosh. Da haben wir nicht schon wieder irgendeine Enchant, man. What? Ne, ne, das wäre ein Boots of Lucidity. Äh... Ionian Boots, ja, nice try Pascal. Hm. Ne, Ara... Amor? Hä? Ach so. Können es noch nie? Amor? So, the fuck easy. Was zum Fick? Ah! Ah! Oh nein! Ich kaufe die nie! Oh Gott. Keine Ahnung. Haben wir es richtig geschrieben? Falsch geschrieben? Was hat er richtig geschrieben? Irgendwas mit Tee. Was? Ja. Wirklich? Ninja Tabi! Oh mein Gott! Das sollten Schuhe sein? Ich will nicht, was das ist halt. Ich weiß es nicht. Das war aber eigentlich doch easy, ey. Eigentlich ist keine Schuhe. Well. Ninja Tabi! Ja, weil man hier nicht mehr kauft in der Season. Ja, bist doch der Helster geworden. Was? Schade, schade, schade. Wir bedanken uns für's Zuschauen. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Yo, ciao. Tschüss!